Ladedruckregelung Der Ladedruck wird heute üblicherweise über die Regelung der Turbinenleistung bzw. Drehzahl geregelt. Mit steigender Drehzahl der Turbine geht ein steigender Ladedruck einher. Die Turbinenleistung bzw. Drehzahl ist abhängig vom Abgasangebot für die Turbine. Um bereits bei kleinen Lasten einen entsprechenden Ladedruck zu erreichen, setzt man eine kleine Turbine ein. Diese kann jedoch die Abgasmenge bei voller Leistung nicht mehr durchsetzen. Zur Entlastung benötigt man eine Umgehung der Turbine, den sogenannten Bypass. Die Ladedruckregelklappe verschließt den Bypass zwischen Turbineneintritt und Austritt. Bereits bei einem geringeren Abgasangebot erreicht die Turbine eine höhere Drehzahl, die mit steigender Abgasmenge weiter steigt. Erreicht die Turbine die Drehzahl, die für den maximalen Ladedruck notwendig ist, beginnt die Klappe sich zu öffnen. Damit bleibt die Turbinendrehzahl auf gleicher Höhe und die nicht benötigte Abgasmenge wird durch den Bypass um die Turbine herumgeleitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017